Moin moin, ich stelle euch heute die gefrorene Kugelzauberin in der Endgame-Variante vor und ein kleines Vorwort, wie ich in dem Patch-Video damals meinte, die wurde zu doll genervt, unbegründet. Das war ja das Problem damals, dass eigentlich ein Aspekt mit den eisigen Schritten, der war zu stark und nicht die gefrorene Kugel. Aber sie haben die gefrorene Kugel genervt ziemlich, ziemlich doll und nicht den Aspekt. Und dann haben sie aber kurz vor Release doch auch noch den Aspekt genervt. Vielleicht haben sie mein Video gesehen, der wurde nämlich durch 5 geteilt, der Schaden. Aber sie haben die gefrorene Kugel nicht gleichzeitig wieder gebufft. Und jetzt haben wir das Problem, dass die einfach viel, viel schlechter ist als alle anderen Endgame-Builds von anderen Klassen und so weiter. Also in der Grube, vor allem merkt man das ja bei den Bossen oder bei den 200er-Bossen, der Schaden gegen Bosse, selbst wenn man massig Items hat, ist einfach viel, viel niedriger als der von anderen krassen Builds. Und das ist ein bisschen schade, trotzdem macht der Build extrem viel Spaß. Und vielleicht werden die ja auch doch nochmal ein bisschen leichter, die Pit-Bosse. Oder vielleicht wird die ja doch irgendwann auch nochmal wieder gebufft, deswegen stelle ich die jetzt vor. Und ich habe mich dazu entschieden, in diesem Video heute die Uber-Unics anzulassen, weil die nicht mehr so einen krassen Unterschied machen wie früher. Oder, weil legendäre Items mit Härtung inzwischen so stark sind. Oder bei mir jetzt in dem Fall der Tairascha-Ring, den habe ich nämlich ersetzt durch das Uber-Unique. Das macht nicht mehr diesen gigantischen Unterschied, deswegen habe ich die heute angelassen für das Video. Weil ich jetzt keine Lust hatte, mir Ersatz-Items zu besorgen und zu härten, die ich einfach nicht habe gerade. Ja, und wir fangen an mit einer 75er Grube als Gameplay. Und da sieht man nämlich eigentlich auch, wie geil der Build ist. Und das ist ohne heilige Bolzen-Elixier. Und man geht einfach so dermaßen schnell durch den Dungeon durch. Aber der Boss ist eben das Problem. Also das ist generell bei der Grube gerade das Problem. Die Grube an sich ist total egal. Es geht nur um den Bosskampf. Ich hoffe wirklich, dass da irgendwann ein Patch kommt. Dann wird auch der Build deutlich angenehmer. Also eigentlich könnte man die ganze Grube vor dem Boss einfach weglassen aktuell. Weil es nur um den Boss geht, um nichts anderes. Die Grube an sich macht halt wirklich Bock. Und auch alles andere im Spiel, Hellheit und so weiter, macht ja dementsprechend dann auch richtig Bock. Albtraum-Dungeons, nur eben der Boss nicht. Aber sie kann zumindest den Boss am Ende legen. Und in dem Video hier zeige ich auch noch einen 200er Boss, den ich solo lege. Also es geht zumindest gerade so. Das ist nämlich die Grundbedingung für mich gewesen, um überhaupt die Endgame-Variante vorzustellen, dass das noch klappt. Ja und was sehen wir hier im Dungeon? Ich habe Hydra drin. Ich erkläre nachher warum. Ich stelle auch ständig die beiden Hydras. Und lasst euch nicht von der 2 beirren bei der Hydra. Man kann mehr als 2 Hydras haben. Das erkläre ich nachher nochmal extra. Und Eiskling natürlich, also wer vielleicht den Bild noch nicht genau kennt, der basiert darauf, dass man so viele Beschwörungen wie möglich hat. Weil die Beschwörungen, also Hydra, Eiskling und Blitzsperr, die werden weitere gefrorene Kugeln auslösen. Außerdem kann die gefrorene Kugel die Beschwörung auslösen. Also so ein Teufelskreis. Je mehr, desto besser. Und das schaukelt sich dann so hoch. Und die Blitzsperre werden eben auch ausgelöst von der Kugel, auch wenn ich die unten nicht in der Leiste drin habe. Deswegen skillt man die auch mit. Außerdem habe ich Eisrüstung drin. Das ist sowieso Standard. Und Flammenschild und Teleport, brauchen wir nicht drüber reden. Ist bei jedem Zauberenbild drin. Und ja, es spielt sich halt einfach absolut geil. Unter 2 Minuten jetzt hier. Bis zum Boss in der 75er Pit. Ohne dieses Bolzen-Elixier. Unter 2 Minuten, das ist so geil. Und jetzt kommt der Bossfight. Und ich bin jetzt nicht auf die unsterbliche Variante gegangen, weil ich das irgendwie ein bisschen doof finde. Ich habe ja schon in Season 2 meine Abneigung geäußert gegen die Perma-unsterblichen Builds. Ich finde, sowas sollte es nicht geben im Spiel. Und ich hoffe, dass das auch bei der Zauberin wieder rausgepatcht wird. Aber man kann aktuell dauerhaft unsterblich sein. Und ich will das aber nicht spielen. Ich erkläre trotzdem nachher ganz kurz, wie ihr das hinbekommt. Ist nicht wirklich schwer. Und deswegen bin ich auf eine Variante gegangen mit Fernkampfschaden. Also bei mir ist es tatsächlich wichtig, dass ich Abstand halte zum Gegner, um den maximalen Boss-Damage zu haben. Und man muss jeden möglichen Damage, den man haben kann, also den man bekommen kann über Items, muss man nutzen. Es geht wirklich nur noch um Damage maximieren bei dem Build. Das ist schade, denn dadurch gehen ein paar andere Aspekte flöten. Nur noch Boss-Damage über alles. Das ist das Problem. Und beim Boss, gerade habt ihr gesehen, wie wichtig das ist, dass man den zum Taumeln bringt. Also die Leiste unter der HP-Anzeige. Ich zeige es gleich auch nochmal bei dem 200er-Boss-Kampf, der jetzt losgeht. Also unter der HP-Bar geht ja so eine kleine Leiste nach oben. Das ist jetzt der gequälte Sier, also ein richtig krasser Boss. Und die Leiste, wenn die voll ist, dann taumelt der Boss. Und dann hat er alle Kontrollverlust-Effekte, die es gibt, gleichzeitig drauf. Und dann macht man deutlich mehr Schaden. Und die Taumelleiste füllt sich bei den Grubenbossen sehr schnell auf. Aber jedes Mal, wenn er getaumelt hat, dauert es danach länger, bis die sich wieder auffüllt. Auch eine dumme Mechanik, weil Builds wie Zauberinnen dann ziemlich am Arsch sind, wenn die Bosse denen nicht innerhalb von 2-3 Mal taumeln sterben. Ich glaube sogar 4 Mal taumeln ist es Maximum. Jetzt gerade war er am taumeln, aber nicht wirklich lang. Und trotzdem, auch wenn er nicht am taumeln ist, mache ich hier genug Schaden. Man muss sich also hier ein bisschen Zeit nehmen, aber der 200er Boss geht zumindest am Ende down. Das ist mir wichtig, weil man dann wenigstens auch in einer 4er Gruppe, wenn man zum Beispiel Duriel-Runs macht, der 200er Duriel, dann trägt man immerhin auch Schaden bei und wird nicht durchgetragen vom Golem-Nekro. Deswegen wollte ich unbedingt auch diesen 200er Boss noch Solo schaffen mit dem Build. Und das hat auch, ich gebe es zu, im zweiten Versuch geklappt. Im ersten Versuch habe ich mich von irgendwas treffen lassen und bin gestorben. Aber der zweite Versuch hat direkt geklappt. Zum Glück sind ja die Materialien nicht weg, weil man stirbt. Man kann den dann, wenn er einmal beschworen ist, öfter probieren. Also kein Problem. Und wichtig ist es, wie auch bei jedem Zauberenbild, die Barriere aufrecht zu erhalten. Jede Fertigkeit, die eine Abklingzeit hat, löst eine Barriere aus. Bei mir sind das also 4 Zauber, Eiskling, Eisrüstung, Flammenschild und Teleport. Immer und immer wieder einen der 4 nutzen, bevor die Barriere weg ist, damit ihr nicht gewonshottet werdet. Aber in der hohen Grube, auch mit Barriere, werdet ihr trotzdem gewonshottet. Bei den Uber Lilith Mechaniken. Also das kommt vor. Und deswegen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, spielt eben die komplett unsterbliche Variante. Das allerkrasseste überhaupt, das muss ich jetzt auch in dieses Video reinpacken. Ihr habt gerade gesehen, da ist ein Amulett gedroppt. Und bei diesem Bild, ja, nutzt man ja das Unique Amulett. Und ich habe nach 100 Runs, habe ich das einmal gefunden mit einem schlechten Roll. Ich habe es mir dann ertradet. Aber dieser eine Run hier gerade, ich zeige es jetzt, hat mir das Ding gerade gedroppt. Und das ist ein vollkommen perfektes mit dem 50% Aspekt und plus 2 Beschwörungskunst. Die anderen 3 Werte sind nicht so wichtig. Aber immer diese beiden, Beschwörungskunst und der Aspekt unten, die sind die, auf die es ankommt. Und die waren beide perfekt. Das habe ich gerade eben gefunden, als ich das Video aufgenommen habe. Das ist absolut verrückt. Absolut verrückt. Ja, okay, jetzt gehen wir mal rein in den Bild. Und bevor ich die Fertigkeiten zeige, will ich noch die Hydras erklären. Und dann geht es in den Skilltree. Und warum habe ich Hydras drin? Obwohl man ja nur 2 Hydras haben kann. Ganz einfach, man kann mehr als 2 Hydras haben. Die beiden, die ich zauber, sind unabhängig von den Hydras, die das Amulett beschwört. Jetzt gerade habe ich 4 Hydras in dem Bild, seht ihr. Und wenn man die beiden Hydras, die man haben kann, neu beschwört, gehen aber auch nur die beiden weg, die man selbst hinstellt. Und nicht die, die vom Amulett beschworen werden. Und die beiden Hydras drin zu haben, ist also extrem geil. Weil man ja von beschworenen Einheiten profitiert. Und man kann dadurch dauerhaft 2 weitere beschworene Einheiten im Start haben. Und ich zeige auch gleich im Skilltree, wie genau man da profitiert. Hier habe ich wieder 4 gleichzeitig gerade in dem Bild. Und jetzt geht es mal rein in den Skilltree. Und da geht es oben los. Basisfertigkeit braucht ihr nicht. Aber ihr müsst 2 Punkte verteilen, damit es weiter geht. Und in meiner schriftlichen Guide habe ich ja Feuerblitz. Weil die gerade gegen viele Gegner, dann brennen eben alle Gegner. Und ihr profitiert von den ganzen Boni gegen alle Gegner. Die Hydra bringt aber auch Gegner zum Brennen. Aber die trifft ja immer nur so ein paar in der ersten Reihe. Da es aber in der Grube nur noch um den Bossfight geht. Um nichts anderes. Habe ich dann auch jetzt die Verzauberung geändert. In meiner schriftlichen Guide werde ich ein paar Sachen anpassen. Und solche Sachen wie das hier werde ich auch als Option mit reinschreiben. Als Bosskiller Variante. Das heißt also Feuerblitz fliegt raus bei der Verzauberung. Und dafür kommen Eisklingen rein. Und die Eisklingen, die machen nämlich, dass die Abklingzeiten, also dass immer wenn ich 40 Sekunden Abklingzeiten kumuliert benutze, kommt eine weitere Eisklinge. Je mehr Eisklinge ich habe, desto mehr sinken auch die Abklingzeiten. Da habe ich immer mehr und mehr und mehr Eisklingen. So wie damals beim Meteor-Bild. Da habe ich das auch so gemacht. Nur noch extremer sogar. Ja, dann geht es rein in die gefrorene Kugel. Ausgemaxt. Und hier, dass es Mana wieder zurückgibt, habe ich genommen. Weil Mana schon auch eine Rolle spielt. Und dann habe ich hier Herrschaft der Elemente. Weil ich jetzt wirklich allen Bonusschaden mitnehmen muss, den ich irgendwie bekommen kann. Also auch diese 12%. Da ich jetzt gerade mit Uber-Unix spiele, habe ich eine Harlekins auf und muss Flammenschild selbst gar nicht mehr skillen. Ihr könntet die trotzdem einfach skillen. Wenn ihr die Harle nicht habt, dann nehmt ihr den Punkt hier raus und packt die da rein. Oder ihr nehmt Glückstreffer-Chancen ein kleines bisschen raus. Ist auch okay. Und dann packt ihr da den einen Punkt rein. Bei Teleport habe ich jetzt ein Beispiel auch, weil die Skills sehr knapp sind, nicht mehr die Schadensreduktion mitgenommen, sondern nur noch Bewegungstempo. Dann habe ich wie immer Einklang der Elemente, um hier die zurückzusetzen, die Abklingzeiten. Glaskanone. Eisrüstung ist wichtig und auch hier damit der Cooldown immer wieder singt. Da könnt ihr schön oft Eisrüstung benutzen. Und je mehr Abklingzeiten ihr benutzt, desto besser. Dann Hydra und da habe ich einen Bonuskopf. Und auch jetzt, da ich nicht mehr mit Feuerblitz spiele, ganz wichtig, die linke Erweiterung, damit die Gegner brennen. Vor allem Bosse. Glückstreffer-Chance, Schadensreduktion und Barriere. Hier Schutz und die ist abhängig von eurem Maximalleben. Also Maxleben ist auch wichtig, damit diese Barriere hier höher wird. Eiskling geskillt mit der Abklingzeitreduktion und auch Blitzspeer, obwohl ihr den nicht drin habt, mit beiden Erweiterungen, damit der einfach hier Gegner betäubt. Was gar nicht so wichtig ist, aber Bosse taumeln dann ein bisschen schneller. Rein theoretisch, wenn ihr unbedingt die Skillpunkte braucht, für zum Beispiel längeres Flammschild, könntet ihr sogar alle drei wegnehmen. Dann betäubt der nicht mehr, aber ihr bringt die trotzdem zum Taumeln, die Bosse. Kann man machen. Verwundbar macht er trotzdem, da muss man ihn nicht skillen für. So, dann geht es weiter für den Bonusschaden hier. Verstinkte Feuersbrunst gegen, immer wenn ihr kritische Treffer macht, gegen brennte Gegner. Dann hier den ganzen Damage-Bonus. Also alles drei ist einfach Schaden, Schaden, Schaden. Und den habe ich nicht mehr, also habe ich auch im Endgame-Bild auf der Seite nicht, weil ich genug Mana habe. Ich brauche die eisige Brise nicht. Und jetzt schon die erste Änderung im Vergleich zur Website. Oder die zweite ist das jetzt schon. Keine Lawine mehr, weil ich keine Ressourcenprobleme mehr habe in der richtigen Endgame-Variante. Wenn alles passt, ich habe keine Ressourcenprobleme, wie ihr gesehen habt. Und brauche also den Lawine-Aspekt nicht mehr. Und ohne den Aspekt ist der Lawine-Punkt auch nicht mehr so geil. Er ist immer noch gut, gut, aber Esus Wildheit ist jetzt wieder besser, weil ihr nicht mehr so viel Attack-Speed über eure Items bekommt, wie im PTR. Das haben sie ja wieder alles reduziert, bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt braucht ihr wieder Attack-Speed. Und deswegen nutzt ihr Esus, weil es dort einen Aspekt gibt. Und ich fange jetzt gleich mit dem an. Der hier. Solange beide Boni aktiv sind, 50% Attack-Speed. Und die sind aktiv, wenn eure Hydras ein bisschen schießen und kritten. Dann sind die immer aktiv. Ja, ich trage jetzt wie gesagt Harlequins-Krone. Aber ein legendärer Helm mit Flammschild-Dauer und solchen Sachen ist auch verdammt gut. Auch Greater Affix-Leben, Abklingzeit-Reduktion. Das kommt am Ende, das Shaco macht nur den Unterschied, ein bisschen mehr Schaden mit plus 4 Rängen. Das ist aber auch nicht so viel, wie man denkt. Das sind irgendwie 15% oder so, je nachdem, wie viele Punkte ihr da drin habt schon. Und eben noch ein bisschen mehr Schadensreduktion, die ihr aber auch über einen Aspekt dann bekommen könntet. Also das macht nicht den großen Unterschied. Aber wenn ihr es habt, anziehen. Unbedingt. Und wenn ihr Splitter habt oder Funken, baut euch das Shaco als erst. Und dann erst den Ring. Bei der Rüstung, ganz wichtig, immer wieder Leben ohne Ende. Leben, Leben, Leben und Intelligenz. Und so viel Rüstung, dass ihr auf 9.230 kommt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr. Einmal auf der Rüstung ist Rüstung drauf und prozentuale Rüstung. Und dann leider nicht das Richtige getroffen beim Härten. Chance auf Betäuben. Chance auf Einfrieren wäre besser. Dann taumeln die Bosse noch schneller. Ich habe jetzt hier leider nur Chance auf Verlangsamung und habe keinen weiteren Versuch mehr. Handschuhe. Da wollt ihr eigentlich Crit-Chance, Attack-Speed und gefrorene Kugel. Aber man kann es sich nicht immer aussuchen. Ich habe jetzt hier keine Crit-Chance leider. Das ist wirklich bitter. Ich habe Intelligenz, Attack-Speed, aber dafür ein Greater Affix gefrorene Kugel. Mit zwei Treffern. Und dann am Ende sogar eine Plus 7. Und das ist ziemlich krass. Und dann meine Variante jetzt gegen die Bosse, um den Schaden wirklich bis zum Geh nicht mehr zu erhöhen. Ich habe jetzt überall auf allen offensiven Items Schaden gegen entfernte Gegner gerollt, weil das der Wert ist, der mit Abstand am höchsten rollen kann von allen Härtungsrezepten, die in Frage kommen. Schaden mit Kälte würde eben gegen alles gehen. Gegen nahe Gegner, gegen entfernte. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Aber wenn nun mal die hohe Pit euer Ziel ist oder so, dann ist der Wert hier geil, weil ihr dann einfach ein bisschen Abstand haltet. Und dann macht ihr eben fetten Bonusschaden. 136 hier. Mit der komplett unsterblichen Variante übrigens, wollte ich ja noch kurz drauf eingehen, bräuchert ihr Flammschild auf der Rüstung. Dann skillt ihr das Flammschild einfach noch aus, bis zum Geh nicht mehr. Und dann bräuchert ihr noch als Härtungsrezept Flammschilddauer. Und dann seid ihr dauerhaft unsterblich. Und dann würdet ihr nicht Schaden gegen entfernte Gegner nehmen, sondern Schaden gegen nahe Gegner. Und könnt einfach vor dem Boss stehen bleiben. Und ja, ihr seid unsterblich. Aber wie gesagt, habe ich da irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen bei mir genau das Gegenteil. Schaden gegen entfernte Gegner. Dann den Aspekt habe ich schon gezeigt. Auf der Rüstung übrigens Schadensreduktion gegen Kontrollverlust. Leider natürlich auch wieder nicht gegen Bosse nützlich, weil die ja nur, wenn sie am Taumeln sind, Kontrollverlust haben. Aber hier steht ein Oder. Oder verwundbar sind. Das ist zumindest aktiv. Also bringt er sogar was gegen Bosse. Sorry. T-Bowls Wille habe ich als Hose, weil ich da den Bonusschaden mitnehmen will. Natürlich 20% die dauerhaft aktiv sind und weil dann immer wieder mein Mana voll ist. Legendäre Hose würde noch mehr Schadensreduktion, also würde mehr Leben geben, was auch sau wichtig ist. Und Härtungsrezept und so weiter. Aber ich finde T-Bowls dann doch einfach geil und habe mich für die entschieden. Schadensreduktion hat die ja auch, aber nur gegen nahe Gegner. Bringt also in Bossfights nicht ganz so viel. Und ja, ich bin inzwischen auch gerade gegen diese Bosse, weil es nun mal nur um Bosse geht, auf Esus Erbstück gewechselt. Normalerweise war mir Mobilität und so weiter sehr wichtig, weswegen ich immer die legendären Schuhe genommen habe. Mit dem geilen Härtungsrezept, dass die Teleport-Abklingzeit um 2,5 Sekunden reduziert wird. Aber Esus geben noch mehr Crit-Chance und ihr braucht einfach alles an Schaden, was geht. Wie schon fünfmal erwähnt. Deswegen am Ende dann doch Esus Erbstück für mehr Crit-Chance. Ja, da gibt es eigentlich keine andere Option, wenn ihr die hohe Pit- oder die 200er-Bosse schaffen wollt. Ihr müsst die dann tragen. Bei den Waffen, Intelligenz, Leben wie immer und dann irgendeinen zufälligen Schadenswert, der Sinn ergibt. Schaden gegen Verwundbar, Crit-Schaden würde passen, wenn ihr genug Crit-Chance habt oder ganz normaler Schaden. Und dann bei mir wieder Schaden gegen Entfernt und natürlich ganz wichtig, Chance, dass gefrorene Kugel zweimal abgefeuert wird. Und Eitler Aspekt für mehr Schaden in der Barriere. Beim Fokus habe ich jetzt Crit-Chance, Abklingzeit und der dritte wäre bei mir Glückstreffer-Chance. Aber auch Max-Leben wäre okay, weil Leben schon wichtig ist, wenn ihr nicht gerade dauerhaft unsterblich seid. Und dieselben Sachen wie bei der Einhandwaffe. Der Aspekt ist der Sturmschwellende Bonusschaden gegen Gegner, die verwundbar sind, wenn ich eine Barriere habe. Und aktuell habe ich gehört, dass der sogar verbuggt ist und wohl nur die Hälfte macht. Also bei Zauberinnen sind wohl ganz viele Sachen verbuggt, auch im Paragon-Brett und machen alle nicht den vollen Schaden. Unter anderem ist die Zauberin deswegen so schwach gegen Bosse. Der Ring, ein legendärer und ich könnte, ich habe ja einen Uber-Unik, fangen wir da an. Ring der Sternlosen-Hümmel ist das beste Uber-Unik als Ringslot hier, weil das eben 40% Schaden gibt und Ressourcen-Kosten-Reduktion hat und auch ein bisschen Crit-Chance. Wobei das dumm ist, dass die Crit-Chance von einem Uber-Unik niedriger ist als die von einem legendären Item. Also wenn man das mal vergleicht, auch ohne Greater Affix ist die deutlich höher von legendären Items. Da haben sie verpasst, die Uber-Uniks anzupassen, wie das hier zum Beispiel. Das ist ein bisschen ärgerlich, das müsste nämlich 2% höher oder so sein. Ja, und ich habe kein Teil-Rascher-Ring. Warum? Weil für mich rechnerisch ein guter legendärer Ring sogar mehr Sinn ergibt. Erstens, ich habe ja einen offensiven Aspekt auf dem Ring. Anstelle von Teil-Rascher hätte ich also eh einen Aspekt. Und welcher wäre das? Nehmen wir mal an, mein schwächster aktuell ist der Eidler-Aspekt. Der macht aber 25%. Also der würde quasi dann von Teil-Rascher ersetzt werden. Dann macht Teil-Rascher im Optimalfall mit 3 Elementen 45, aber 25 werden dadurch ja schon mal ersetzt. Das Ding ist, der Ring von Teil-Rascher hat keine Attack-Speed und keine Crit-Chance. Und das macht unglaublich viel Schaden aus, da ihr nicht mehr viel Attack-Speed bekommt. Und da ihr unbedingt so viel Critten wollt wie möglich. Wenn man das noch mit berechnet und sogar noch dann das Härtungsrezept hier, bei mir ist es jetzt Kälteschaden. Wenn man das noch mit dazu nimmt, kommt man auf genauso viel oder sogar mehr Schaden als mit Teil-Rascher-Ring. Mit dem Bonus, dass ich jetzt hier sogar noch Leben drauf haben kann auf dem Ring und noch mehr Ressourcen-Erzeugung habe als Teil-Rascher-Ring. Das Einzige, was fehlt, ist die Abkling-Zeit-Reduktion, die ich allerdings nicht wirklich brauche spielerisch. Also ich habe die überhaupt nicht vermisst. Ich habe genug, habe aber auch einen Shaco natürlich, aber ein legendärer Helm könnte ja genauso viel haben. Ja, deswegen also bei mir ein legendärer Ring und dann gefrorene Kugel explodiert zweimal. Und wo die offensiven Aspekte drauf sind, ist egal. Ob Handschuh, Fokus, Ring, Einhandwaffe sind ja immer exakt die gleichen Werte. Und zuletzt dann das Amulett. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass die Beschwörungs-Kunst-Ränge hoch sind. Also zwei, das rollt ja eins bis zwei. Und auch unten der Aspekt muss gut gerollt sein, wenn möglich, damit ihr aus dem Bild Maximales rausholt. Oben die drei Werte. Selbst Abkling-Zeit-Reduktion ist nicht so wichtig. Die unteren sind so wichtig. Und jetzt zeige ich nochmal kurz im Skill-Tree, warum Beschwörungs-Kunst so wichtig ist. Da habe ich nämlich jetzt pro aktiver Beschwörung 6% multiplikativen Schaden. Bewegungstempo ist nicht so wichtig. Und 12% Mana-Reck. Auch die beiden Hydras, die ich also immer einfach hinstelle, geben mir hier sofort 12% Schaden und 24% Mana-Reck. Und deswegen finde ich die beiden Hydras auch so geil, dass ich die immer hinstellen kann noch zusätzlich. Und deswegen wollt ihr auch Attack-Speed. Mehr Kugeln heißt mehr Beschwörungen, heißt mehr Damage. Und mehr Beschwörungen machen ja wieder mehr Kugeln. Also Attack-Speed ist unglaublich wichtig. Deswegen spiele ich eben auch mit dem Esus-Aspekt. Und wenn man das mal addiert hier, die 13 und die 11,7 und die 50, da bin ich immer noch nicht mal bei dem Limit des ersten Eimers von 100% angekommen. Also merkt ihr, wie heftig das jetzt ist mit dem Attack-Speed. So, die Verzauberung habe ich ja am Anfang gezeigt. Eissplitter und gefrorene Kugel. Und jetzt gehen wir nochmal die Glyphen durch. Und mein Paragon-Brett hat eine Änderung. Also die ist alles wie auf der Seite, außer dass ich hier was weggenommen habe. Und hier. Das ist einfach ein bisschen additiver Schaden. Und anstelle dessen habe ich noch schnell eine siebte Tafel mit einer neuen Glyphen hinzugenommen. Weil das mehr Schaden noch bedeutet. Das werde ich auch auf der Website anpassen. Die siebte Glyphe ergibt Sinn, weil ihr so viel additiven Schaden schon übers Tampering habt. Ich habe jetzt also einfach sieben offensive Glyphen. Ich habe auch die nochmal vom Platz getauscht. Also die hier ist nämlich die neue Elementarist, glaube ich. Die macht halt 15% mehr Schaden und ballert hier ordentlich noch die Werte hoch. Ich habe die Taktiker Glyphe für 10% mehr Schaden im Verzauberungsmeisterbrett. Und die wäre auch geil noch zu erreichen, hier dieser Legendäre. Aber ich habe diese vielen Punkte nicht, um da hinzukommen. Und deswegen habe ich die weggelassen. Ich habe wirklich überlegt, wie ich hinkomme. Aber die Schadensreduktion hier wegzulassen. Wenn ihr komplett unsterblich seid, dann geht das. Dann könnt ihr das alles weglassen. Dann seid ihr eh unsterblich. Dann könnt ihr die Schadensreduktion hier weglassen. Und hier und hier oben auch nochmal. Da kommt noch welche. Und dann könnt ihr das mitnehmen. Aber bei meinem Bild hat es jetzt einfach nicht gepasst, das hier mitzunehmen. So, die nächste Tafel ist der Brenneinstinkt. Und da habe ich Kontrolle drin. Die macht eben Bonusschaden gegen eingefrorene Gegner und so weiter. Und unterkühlt und gegen Bosse zählt das dann nur, wenn sie taumeln. Vorher nicht. Und dort habe ich den eiskaltes Schicksal-Punkt mit 29 bei mir. Das muss natürlich eigentlich 30 sein, aber 1% fehlt. Gut, was soll's. Mit Beschwörer-Glyphe. Und die ist mir wirklich wichtig. Und viele haben mir geschrieben, so, ne, nimm die mal nicht. Nimm mal noch eine Damage-Glyphe. Aber die bedeutet ja Damage. Beschwörungen halten länger an. Jede Beschwörung, die ich erstelle, jede Eisklinge, jeder Blitzsperr, die halten alle länger an. Und das heißt, die werden auch mehr Beschwörungen dadurch verursachen, durchs Amu. Und die geben mir ja Schaden. Jede Beschwörung gibt mir 6% Schaden. Und wenn die länger anhalten, gibt das dann wieder so einen Kreislauf-Effekt, dass diese Glyphe unglaublich viel Schaden ausmacht am Ende. Solltet ihr unbedingt reinnehmen. Und ihr könnt ja so viele Eisklingen und Blitzsperre wie möglich haben. Da gibt's kein Limit. Und die Beschwörten Hydras vom Amulett haben ja auch kein Limit. So, dann hier Flammfresser. Noch mehr Damage gegen brennende Gegner. Hydras bringt ja zum Brennen. Eisschlagtafel mit Winterglyphe. Auch fetter Schaden. Und noch eine letzte Glyphe mit Schaden. Und zwar Ausbeuten. Schaden, 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 Schaden. Ihr braucht jeden einzelnen Hebel, den es gibt. Ansonsten klappt es nicht mit den Bossen. So, das war's. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß an dem Bild habt. Auch wenn er nicht der allerkrasseste ist im Endgame. Aber aus meiner Sicht muss jetzt ja nicht jeder Bild immer komplett ins Endgame reinrasen und alles abfahren. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn da doch wieder dieser Nerf zurückgenommen wird. Weil das schade ist. Das ist ja ein neuer Bild jetzt. Wir wollen ja mit dem Bild auch Spaß haben, so wie mit dem Diener-Nekro. Also fand ich das einfach ein bisschen unfair, dass der so doll genervt wurde. Und das spürt man eben einfach bei den Bossen. Ja, das war's. Haut rein. Update auf der Seite mit Paragon und so weiter erfolgt in ein paar Tagen. Heute müsst ihr erstmal dann, wenn ihr die Änderungen vornehmen wollt, durchs Video klicken. Haut rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017